Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe überhaupt nicht reagiert. Und dann war mir eigentlich klar, was für eine Lebensgefahr ich bei einem nicht befinde. Das ist eine der giftesten Schlangen, die es überhaupt gibt. Kirsten! Ja? Kirsten! Sie kam raus, was ist passiert? Und ich habe ihr gesagt, Kirsten, ich bin gebissen. Jetzt müssen wir ganz schnell reagieren. Das ist ein ganz gefährlicher Biss, wenn wir nicht ganz im Leben sterben. Mir war klar, ich bin sterben. Du musst ein gutes Krankenhaus anrufen, Notruf. Ja, gut, okay, alles klar. Depot holt nur das Serum. Die Serum-Depot, was wir hier aufgebaut haben, ist einmal für meine Mitarbeiter da, für mich aber auch für die ganze Welt. Man muss nicht bei jeder Giftstein gleich Serum mitziehen. Aber bei Hochgift und Schlangen brauchen wir Antiserum. Dieses Serum, damit kann man sein Leben retten. Kader, Schlangenfarbe, wir entschlagen. Ja, Serum ist alles da. Ja, bitte sofort kommen! Ich bin bereichlich für einen Schaden. Mein Abend konnte ich nicht mehr. Kirsten! Du musst mir jetzt halten. Du bist das Serum. Das ist das. Ich habe eine sehr gute Ausbildung. Und diese Situation, die eingetrabt ist, die haben wir spielend erlernt. Man weiß also, man darf nie durchdrehen. Durchdrehen ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und man muss hier oben das Gehirn eingeschaltet lassen, um wirklich zu wissen, was muss ich tun? Wie kann ich mein Leben retten? Ein Dank. Das ist das Schade. Ah, fuck. Ah...